Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Beautybeleute. Wir haben mitten in der Nacht, weil wir wirklich den ganzen Tag heute Termine hatten. Aber das hält uns natürlich nicht davon ab, das Video für euch zu drehen. Und zwar haben wir uns was richtig Geiles ausgedacht. Jeder von uns beiden hat... Ich hab elf Fotos. Ich weiß es nicht. Cool. Ich hab nicht gezählt. Cool. Aber es sind über zehn. Cool. Wir haben jeder ungefähr zehn Fotos vorbereitet, um dem anderen jetzt zu zeigen. Und der andere darf nicht lachen. Moment. Moment, 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 Moment. Sag es wird lustig. Es wird lustig, Leute. Bleibt dran. Noch wenige Sekunden. Da bin ich. Denn... Man kriegt immer einen Punkt, wenn man gelacht hat. Aber Punkte sind schlecht. Also wenn ich am Ende null Punkte habe, sind wahrscheinlich Biancas Fotos saunlustig. Denn man darf nicht lachen. Und wenn man lacht, beziehungsweise wenn man die meisten Punkte hat, kriegt man dieses zweieinhalb Liter Fass pinke Farbe über den Kopf. Nein, doch. Okay. Also ich würde sagen, das ist mal ein Anreiz, nicht zu lachen. Unser Teppich ist voll mit Folie ausgelegt. Richtig eklige Nummer, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also wirklich, ich hab gar keinen Bock. Ich hab gar keinen Bock. Ey, ihr habt doch alle keinen Bock? Ich hab Bock. So. Wir haben noch ein kleines Problem. Denn auf meinem Handy sind meine Bilder und ich habe noch genau vier Prozent... Wahnsinn. Klasse, ne? Würde ich sagen, setzen wir uns so ein bisschen auseinander. Jetzt könnt ihr mitspielen. Seid ehrlich, spielt mit und schreibt mir am Ende, wie viele Punkte ihr habt. Und denkt dran, wenn ihr schreibt, ich hab 100 Punkte, seid ihr nicht hier. Dann seid ihr schlecht. Fange ich an, dir mein erstes Bild zu zeigen, okay? Oh nein, ich bin doch nicht bereit. Ich muss immer lachen. Ich bin so schlecht in sowas. Ich bin echt besser. Ich bin so ein innerlich Lachertyp. Ich denke mir so, ich lach später. Weißt du? Nicht? Okay. Bist du bereit für mein erstes Foto? Drei, zwei, eins. Mein erstes Bild. Man muss immer von fünf runterzählen. Damit habe ich den ersten Punkt aus dem Junker rausgekitzelt. Was ist das denn? Oh, scheiße. Weil das das Ding ist, das ist ja wahrscheinlich bearbeitet, aber stell dir mal vor, es ist nicht bearbeitet. Die wollen da einfach nur so stehen und diese Möbel schiebt einfach in den Kopf. Das ist so geil. Du hast einen Punkt, ich habe noch keinen Punkt. Okay. Ich werde nicht lachen, ich werde nicht lachen, ich werde nicht lachen, ich werde nicht lachen, nicht lachen, nicht lachen. Und Action! Ach komm schon! Ist das dein Ernst? Also da hast du mir aber von dir schon Bilder gezeigt, die schlimmer sind. Boah, das war eins meiner lustigsten Bilder und du hast überhaupt keine Anstalten gemacht und war anders. Eins der da lustigste? Ja! Guck dir doch mal die Fresse an, das ist voll lustig. Ich bin so lustig. Also ich fand es nicht lustig und ich habe auch nicht gelacht. Auf die Plätze, fertig und go! Was war das denn? Dieses Mädchen wird einfach nur verlieren, das tut mir leid. Das ist total unfair, das Spiel. Oh mein Gott, woher hast du so ein Foto? Das Ding ist, weißt du was, cooler Typ. Du denkst dir einfach, gibt einen Scheiß da drauf, dass dein Hello Kitty Handy in der Hand hat. Bereit? Ja. Nein, ich habe nicht wegen so einem bescheuerten Bild. Nein! Komm, das ist lustig. Das ist null lustig. Natürlich ist das lustig. Ich habe aber auch nicht gelacht. Du hast... Ach komm schon. Das gibt... Das war so ein... Es ist absolut nicht lustig. Natürlich. Außer der muss gerade furzen. Ja komm, zwei, eins. Und go! Okay, das ist echt hart verstörend, aber ich weiß nicht, warum ich darüber lachen sollte. Hä, das sind einfach... Das ist ekelhaft. Das ist echt lustig. Das ist für Frauen, die alle Männer unter den Armen riechen. Das ist mega witzig. Das ist einfach nur widerlich. Ja, ach ist das widerlich. Aber darüber lacht man doch nicht. Aber ein Hund, der sich einen Mann auf den Kopf setzt. Ja, natürlich, das ist viel lustiger. Boah, krass. Okay. Ich werde jetzt meinen Geist einfach über meine Triebe stellen und werde jetzt absolut nicht lachen. Okay, komm. Ich habe vergessen, zu erzählen. Ach scheiße, lach doch mal. Das ist lustig. Ja, natürlich ist das lustig. Lach doch darüber. Ja, das hat mich innerlich gefreut. Super lustiges Bild. Auf und zeig, klein, mit Mittelfinger. Finde ich geil. Oh Mann. Auf die Plätze, fertig, und... Ha 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 ha. Der kackt dem ins Gesicht. Das ist ja sowas von unlustig. Das ist doch Photoshop hoch 1000. Boah, krass. Jetzt streiten wir uns in einem Lach-Video. Ja, lach alleine. Ha 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 ha. Oh Mann. Das gilt aber jetzt. Nein. Ja, natürlich gilt das als Lachen. Das war ein Sympathielacher. Ja, Pech gehabt. Dann schiebt ihr dann Sympathielacher das nächste Mal sonst wo hin. Guck mal einfach nur sein Gesicht an. Ach so, sein Gesicht habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur auf seinen Bauch geguckt. Ganz tot. Nein, natürlich nicht! Ja, super witzig. 3, 2, 1, gib dir den hier. Bianca, es ist eine Giraffe, irgendein Kamel, was der Frau im Kopf beißt. Natürlich ist das so lustig. Es ist echt lustig. Hast du mir jetzt kein Lacher geschenkt? Nein. Das Ding ist, dann steht man so unter Druck, man will diese Farbe. Du hast echt... Ich stehe nicht so auf Gesichtskomik. Ihr könnt irgendwelche Leute ihr Gesicht verziehen. Das ist doch so lustig. Leute, bitte schreiben mir in die Kommentare, ob ihr bei diesem Gesicht lachen müsst. Gib dir den hier. Cool, das Video ist richtig unterhaltsam für die Leute. Das ist sau witzig. Der Hund wird in wenigen Sekunden in seinen eigenen Schwanz beißen. Ja, aber ich bin jetzt echt gespannt, was du zum nächsten Bild sagst, weil ich konnte nicht mal, als ich es gesehen habe. Ach, Mann! Ja, siehst du, jetzt musst du lachen. Du von der das Arschluss! Ich hab tatsächlich nur nicht so wirklich auf seinen Kopf geguckt. Oh, nee, der war echt witzig. Ja, der ist auch lustig. Ja, Mann! Scheiße! Scheiße! Du bist einfach mit ihrem scheiß Rad im Gully stecken geblieben. Aber das ist doch Fail. Wer fotografiert denn das bitte in der Videobeschreibung? Das ist wahrscheinlich Fail. Absolut ist das Fail. Ich meine Fake. Die ist wahrscheinlich einfach nur gesprungen vom Boden aus und hat das Fahrrad vorher da reingesteckt. Nein. Nein, nein, nein. Das war jetzt kein Lacher. Ja, vor allem jetzt. Das war alles noch in fünf Sekunden. Also es zählt nicht als Lacher. Doch, natürlich. Ey. Also, da braucht man, da braucht wirklich niemand runterzählen. Das war sowas für noch in meinen fünf Sekunden drin. Das ist natürlich nicht lustig. Die zerquetscht das Kind mit ihrem Arsch. Ich kann mir davon echt gut unterdrücken. Ich unterdrück dich gleich. Ich ruf dich gleich ein unterdrückter Nummer an, junge Dame. Das ist wahrscheinlich so passiert, ne? Das tust du mir jetzt gerade nicht an. Ich hab das angeguckt und hab einen Lachanfall bekommen. Das siehst du mal. Ich würde dir aber gerne mal das Bild hier zeigen. Das ist nämlich vom allerfeinsten. Das war aber jetzt noch gut in den fünf Sekunden. Nein. Die hat sich eingeschürzt. Oder irgendwie, man hat es drauf bearbeitet. Aber das ist echt ekelhaft. Sollen wir zum Verschweren beim letzten Wasser im Mund nehmen? Ja, okay, okay. Also wir scheinen echt einen anderen Humor zu haben, mein Freund. Die kann man darüber nicht lachen. Das zählt aber jetzt nicht. Das ist ja wohl mal das lustigste Futter. Das ist wohl lustig. Das war so ein Lächeln. Ich seh... Ja, komm, schütt mir die Fahrerwand. Wenn ich nicht gelacht hab, war ich wirklich ernst. Ich hab meine neue Hose an. Jetzt muss ich mich umziehen. Ja. Was? So? Ja. Jetzt reißt du dich. Ich habe uns Schutzdrillen besorgt. Ich dachte eigentlich, besorgen sie dir. Aber jetzt hab ich sie... Blöd. Für mich geholt. Du brauchst keine Koffer. Ich hab Angst, Mann. Aber jetzt hörst du mich ja nicht mehr. So, jetzt kipp mir die Scheiße einfach über den Kopf. Ich kotze gleich. Bist du denn bereit? Warte, soll ich erst... Warte. Ich halte sich nichts mehr. Warte. Ja. Ich wollte schon mal sagen, dass ihr mir gerne einen Daumen... Red ich laut oder hört man nicht? Ja, sehr laut redest du. Bitte einen Daumen nach oben. Warte. Scheiße, ich hab so Angst, dass das mir jetzt irgendwo reinläuft. Warte. Ich will das nicht. Warte, kann ich die Augen dabei auflassen? Ach du Scheiße. Das ist das ekelhaft. Waaaaaah. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Das sieht so aus... Boah. Boah, ist das eklig. Habe ich was, Videos, Freunde? Das sieht so unfassbar geil aus. Das sieht so geil aus, als ob du wirklich... Ich kotze gleich. Ja, weh, das sagt jetzt hier durch irgendwie. Wir müssen das jetzt... Leute, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr irgendwo bei lachen musstet. Ich würde mich jetzt gern wegbeamen. Bis zum nächsten Mal. Äh, sag was. Ihr müsst bei meinem Video vorbeischauen. Das wäre mir nicht. Ich höre mich halt selber nicht. Das ist scheiße. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bis zum nächsten Mal.